Guten Tag, salve und grüßet euch selbst. Version 2 Das steht dir nicht zu zu sagen, das sag ich. Aber doch, sag doch. Kann dir doch scheißegal sein. Ja, okay, das stimmt. Also was lesen wir von dir? Bekenntnis und Hilfe eines Unschuldigen. Also bitte, ich darf doch bitten. Von David. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar. Dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkünden alle deine Wunder. Herr, ich hab lieb die Städte deines Hauses und den Orten, da deine Erde wohnt. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Sündern. Sie leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und dir gern Geschenke nehmen. Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht fest auf rechten Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Entschuldigung, Kameramann, das war's. Ich bin am Ende.